Na hallo zusammen, hier ist wieder Heuchella und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assault unterwegs und zwar sind wir mal wieder unterwegs mit dem Zandalari Troll, der mittlerweile Stufe 91 ist und ich will den ein bisschen weiter zocken und wir machen jetzt ein paar Bonus-Ziele und gucken wir mal, ob wir wieder in einer Stunde so weit hinkommen, dass wir quasi unsere 10 Level machen wenn wir jetzt einen dabei, der quasi die maximale Stufe hat, uns hier ein bisschen durchcarryen wird und ja, schauen wir mal, wie schnell wir da jetzt durch sind Jetzt muss ich meine Chats bloß hier nochmal anders hinordnen, denn ich musste ein bisschen was umstellen mit meinen Streamlabs, weil ich das nicht mehr verknüpft hatte und da hat gerade was mit Donations nicht ganz geklappt Das habe ich jetzt gerade nochmal eingestellt und jetzt scheint es wieder zu funktionieren Ich habe nämlich ein paar Sachen donated gekriegt, wo ich sehr dankbar bin Konnte ich mir gerade hier dieses Shop-Toy kaufen, habe diese nette Verwandlung Oh, ich habe mir jetzt den Trank nicht reingehauen Jetzt habe ich ihn drin, shit, soll ich beim ersten Ding die Dings nicht bekommen? Egal So, dann lass weiter fliegen und zwar, das nächste Ding ist hier unten, wo wir hin müssen Genau, den Trank am besten beide reinhauen Also ich habe jetzt quasi Destillate Zellender drin, was 10% mehr bringt Den Wallmode mit 10% und dann haben wir quasi noch hier den Garnisonstrank, der nochmal 20% bringt Heißt, man kriegt da relativ viel Bonus-EP Also das lohnt sich auf jeden Fall Wenn ihr euch die ganzen Tränke holt, dann kriegt ihr halt wesentlich mehr EP Und wir machen es halt jetzt so, dass wir alle Bonus-Ziele mitnehmen Heißt, ja, diese Quest-Bereiche, die wie so eine World-Quest funktionieren, wo man reinfliegt Und dann relativ viel EP bekommt Zudem nehme ich mir jetzt zum Beispiel hier auch nochmal ein paar Schätze mit Wobei die gar nicht mehr so viel bringen im Verhältnis Genau Und das haben wir das letzte Mal auch gemacht, da ging es relativ schnell Da hatten wir in einer Dreiviertelstunde die 10 Level hochgeballert Gut, da hatten wir auch zwei Leute, die 120 sind Also es ging wahrscheinlich einen Ticken schneller Wobei, da reicht eigentlich auch erst einer Also das sollte nicht das Problem sein Oh, ich muss den Timer anschmeißen, sonst passiert nichts Sonst passiert nichts Genau, also man muss eigentlich dann quasi nichts mehr anderes machen Außer immer nur diese Bonus-Ziele Ihr seht alleine hier werden schon 69.000 angezeigt, was wir kriegen Da sind aber diese Bonus-Dinger hier noch nicht dabei Heißt, ich kriege da noch ein bisschen mehr, als da angezeigt wird Warte mal, bis die anderen da sind, kann ich mir den einen Schatz hier noch mitnehmen Sind der da oben irgendwo? Ach nee, hier Da liegt der Schatz, genau Den holen wir uns jetzt noch Perfekt, da sind wir Level up Felix Du machst mich echt verrückt Mein Freund, du machst mich echt verrückt Grüße gehen raus an dich, ne Vielen, vielen Dank fürs Donaten Du machst mich kaputt hier Jetzt wird es zumindest angezeigt, ne Im Stream, das war ja vorher nicht der Fall Aber ein bisschen Zeit versetzt Im Chat ist es schon vorher, als es hier in meinem Na, sag's mir Quasi in der Source drin ist Jetzt muss ich bloß gucken Ich habe zu Testzwecken hier noch eine eingestellt Die muss ich jetzt mal noch rausschmeißen Die brauchen wir nämlich tatsächlich nicht mehr Browser-Source entfernen Und dann mache ich hier den Chat wieder an Dass es auch ein bisschen heller ist Annes, was treibt dich denn eigentlich her? Ich glaube zwei Bosse müssen wir hier drin noch machen Und seht ihr mal hier Wenn man zu viele Addons drauf hat Dann sieht man nichts mehr von der Map Das ist halt auch richtig super Also zu viele Addons sollte man auch nicht drauf laden Weil jetzt werden hier die Schätze angezeigt Die Bosse und alles Was auf YouTube schauen wir mehr Ja, auf YouTube schauen wir mehr zu Genau Ich bin ja auch hauptsächlich jemand, der auf YouTube Video bastelt Und ich bin an YouTube und quasi auf Twitch Gleichzeitig am Streamen Meistens sind es wesentlich mehr auf YouTube Als auf Twitch, ne Warte mal, haben wir alle Viecher hier drin? Ja, wir sind fertig Wir können quasi weiter Haben schon alle Bosse Wir hatten es jetzt an EP gebracht Steht das irgendwo im Chat? Genau Alleine das eine Ding hat jetzt wieder 130.000 EP gebracht Also das ist schon echt viel, was du da kriegst So, dann können wir einmal rüberfliegen Da hinten ist noch eins Hier hin Und dann geht es schon nach Gorgund weiter Ich muss das nachher dann mal zusammenrechnen Und dann schon mal das wieder aufs nächste Donation Goal quasi anrechnen Das nächste war halt irgendwie Wenn dann das andere Pad da Was es noch gab Das Greifenküken habe ich mir jetzt letztens geholt Da gab es ja noch ein anderes Wobei, das hatte halt irgendwie keiner bei Ebay drin Das war ein bisschen blöd Deswegen, ja Das suche ich noch Und das andere, was noch wäre Dieses Reitkamele Was ich mir halt irgendwann mal zusammenbasteln wollte Aber das wird sich ein bisschen ziehen Weil die Kartenspielmounts sind schon sehr, sehr teuer leider Aber so über, über Weiß ich nicht, über einen längeren Zeitraum Irgendwann kriegt man es zusammen Zumindest ist so die Hoffnung So, was müssen wir hier machen? Ein paar Ogre killen Und, ähm Ja genau Die Wölfe noch anklicken Ich mach schon mal ein paar Wölfe Soll unsere Max-Level den Dings umhauen Einen Wolf brauchen wir noch Ja, du Im Endeffekt Ich Die Ingame-Sachen sind ja die, die ich so sammeln kann Und wenn dann noch Ähm Wenn da noch ein bisschen was zusammenkommt Äh Dann Versuche ich mir halt diese ganzen Code-Sachen noch zu holen Weil ich will irgendwann mal alles Haben, was man so sammeln kann Ob ich da irgendwann mal hinkomme Keine Ahnung Aber zumindest versuche ich's Trost, ähm Ja, ich Also gut Ich hab mir jetzt noch keinen Karten-Mount auf Ebay gekauft Aber Äh Zum Beispiel das hier Äh Halt, warte mal Greifen Hier, das hier hab ich mir gekauft Ne Da hat mir einer den Code per Mail geschickt Und das hat alles soweit geklappt Genau Also ein Mount hab ich mir jetzt auf Ebay noch keins gekauft Aber halt Dieses Patten, das ist halt dasselbe Da Das hast du ja damals nur für ein Dings bekommen Nur für ein Nur für ein Na, wie heißt's Äh Nur für dieses Stofftier, ne Und Äh Wenn du das Stofftier quasi gekauft hast War eine Lootkarte dabei Und die Lootkarte hatte ihn quasi in Code, ne Und dann hab ich halt wegen mir gesucht Der noch diese Lootkarte hat Und mir den Code halt schickt Und dann gibt's theoretisch auch noch so ein anderes Pad Und solche Geschichten Wir müssen bloß, glaub ich, diese Quests hier machen Dass wir alle Alle Bonusziele haben Also kommt mal schnell her Und macht diese Quests mal mit Also sind wirklich hier nur diese Anfang-Start-Quests Ja, aber natürlich musst du da echt ein bisschen aufpassen Also Ähm Weil du kannst da natürlich leicht gescammt werden Das ist schon klar Du hast dir beide Plüschdinger gekauft Hast du auch Hast du auch die Codes Von den Dingern Weil die Die konntest du ja damals in der EU nicht kaufen Die gab's nämlich nur im Ami-Shop Und Ähm Dann hatte ich mir die halt Also die konntest du halt quasi nur im Ami-Shop kaufen Hättest du importieren müssen Das hab ich halt damals nicht gemacht Und hab's Und bereu's jetzt, bitte Ich mein, das lieber mal gemacht Ich weiß jetzt nicht Wir müssen, glaub ich, hier die Quests machen Ähm Bis Ähm Bis wir quasi ein Gebäude auswählen können Und dann haben wir nämlich mehr Bonusziele Also zumindest ist es bei der Allianz ja so Okay, wo geht denn jetzt die Quest hier weiter? Was? Die hab ich hier nie gemacht? Ich hab hier nix mit 91 Achso Okay Ah, hier im Haus ist noch ne Quest Ah, wir müssen hier noch ein paar Typen unboxen Ah ne, wir müssen hier die anklicken Also vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob's hier genauso ist wie quasi bei der Bei der Allianz Aber bei der Horde ist es Bei der Allianz ist es so, dass du Die ersten 5, 6 Quests machen musst Dann kannst du aussuchen Ob du einen Schredder Oder einen Ähm Oder dieses andere Ding haben willst Ne Und dann hast du nämlich nochmal zusätzliche Bonus Äh Bonusziele Und das lohnt sich halt schon Weil hier in Gorgon sind halt irgendwie insgesamt Ich glaub 7, 8 oder so Die du quasi normal hast Und dann hast du nochmal 3, 4 Exträge Wenn du halt quasi diese Gebäude soweit ausgebaut hast Ah, jetzt kriegt's auch noch ne neue Quest Also wenn sich einer auf der Hornenseite hier auskennt, ne Könnten wir das Warte mal, irgendwas Achso Ah, wir müssen die Kanone abfeuern Okay, ich dachte ich muss jetzt hier den Dialog anhören Wir müssen unsere Heimat besitzen Ah, oh, jetzt kommt ein Video Das guck ich mir tatsächlich Ach nee, warte mal Wir brauchen ja die Tränke laufen aus Ich guck jetzt kein Video an Aber das weiß ich nicht Ich weiß gar nicht, ob ich das hier jemals durchgespielt hab Auf der Hornenseite Ich meine nicht Du, alles gut Anti, der versucht immer bloß ein bisschen reinzutrollen Denk dir da nix Das ist normal bei dem So Ich denk mal, wenn ich da drüben jetzt die Quest abgebe Ich hoffe, dann haben wir das Lager fertig Ah genau, hier haben wir nämlich auch so ein Erdwall Ah, schau mal Hier muss man es sprengen Bei der Allianz war es ja so, dass quasi dieser Rambog kommt und es aufschießt Bei dem ist der Name Programm Das ist leider so So, genau Jetzt kann ich mir was aussuchen Und zwar Mechashredder, den suche ich mir jetzt aus An der Stelle Ah, das kannst du nicht mal interrupten Und jetzt müsste ich nämlich die zusätzlichen Bonus-Ziele auch alle haben Genau So, okay Dann Können wir jetzt quasi weiter Was, die wir abgeben So, die nehmen wir aber nicht an Gut, jetzt gehen wir mal zu den einzelnen Bonus-Zielen Fliegen wir mal nach Hier können wir anfangen Dann fangen wir hier quasi Bei den Ogern an und gehen hier hoch Weil seht ihr, jetzt sind nämlich alle da, ne Das letzte Mal hatte ich nämlich Hier ein paar weniger Da hatten wir nämlich die Pre-Quests nicht gemacht Gegen mein Rat Habe ich mich überreden lassen Und Dann hatten wir weniger Bonus-Ziele quasi So, jetzt hier einfach alles vernichten Und ein paar Fässer aufmachen Mit dem Timer ziehe ich bloß hoch Das ist bald das Ratten-Mount Oh, das ist jetzt bestimmt auch ätzend nachzufarmen Kann ich mir vorstellen, ne Hast du die Quests schon gemacht? Welche Quests denn? Also die nächsten Quests brauchst du dann nicht mehr machen Das lohnt sich dann tatsächlich nicht mehr Es geht jetzt quasi nur darum Es geht jetzt quasi bloß darum Dass man sich den Shredder einmal holt Weil dann wären hier mehr von diesen Bonus-Events freigeschaltet Und du kannst sie halt auch machen Und die bringen halt richtig EP, ne? Nee, ich meine, dass die nicht im DE-Shop gab Also die Kuscheltiere, die gab's nur in Amerika Soweit ich weiß Also als ich das mal nachgeguckt Aber das ist auch schon ewig her Die gibt's schon lang nicht mehr Die gibt's jetzt auch nicht mehr mehr im US-Shop Das ist schon alles lang raus Und ähm Ja Achso, oben ist das Ding Wir brauchen noch einige Ogre Hau einfach noch ein paar von den Ogre-Viechern um Und ein paar Fässer brauchen wir auch noch Gut, die drei Mounts aus dem Tannern-Dschungel Die sind auch richtig nervig Das stimmt, ja Das stimmt Das ist halt so ein Random-Shit Oh, da ist nur einer Ich würde, ich könnte nicht meinen Schredder auch reinwästen Achso, den Ogre da oben auf dem Turm brauchen wir noch Und dann haben wir alle Hier, den einen Den einen müssen wir noch umboxen Einfach alles töten, was nicht bei drei auf dem Baum ist Die Fluggestalt sieht halt schon eigentlich ganz nice aus, ne Also von dem Zanderlari-Troll Das macht schon was her, definitiv So, dann einmal rüber Ich glaub nämlich Das hier hatten wir das letzte Mal nicht Und die hier hatten wir das, glaub ich, auch nicht Das sind welche, die extra dazukommen Wenn du hier den Schredder zum Beispiel nimmst Ähm, ich hab alle Kinder Wochen Achievements Das ist richtig Und ich hab heute auch einen Post gelesen Dass das, äh, heute in den Hotfix ist es drin Dass das Achievement gebackt hat Und dass das gefixt haben Also du müsstest das jetzt machen können Ich hab das halt alles damals schon, weiß ich nicht Zu, äh, Wattel oder so gemacht Also schon ewig her Hab ich die ganzen Erfolge gemacht Und da haben sie alle funktioniert Das hat jetzt anscheinend nur das erste Mal Ein BFA einfach gebackt Und quasi jetzt, wo Ähm, quasi jetzt, wo Die das wieder gefixt haben Müsste das eigentlich noch gehen Oder müsste das wieder gehen Zwei von den, von den Dudes brauchen wir noch So, eins noch So Dann, wo müssen wir das nächstes hin? Hier hoch Wie man sich das Level anzeigen lassen kann Ähm, du, um ehrlich zu sein Ich hab ja früher Tidy Blades gehabt, ne? Und, ähm, hab das einmal, glaub ich, soweit eingestellt Und dann haben die dieses Net Blades Zeug gemacht Und seitdem, muss ich ehrlich sagen Keine Ahnung, wie Ich hab nichts umgestellt in Net Blades Ich kenn mich mit Net Blades 0,0 aus Äh, deswegen kann ich dir da leider Nicht sonderlich viel weiterhelfen, ne? Aber bei, also Bei mir läuft es so weit Dass es so Das anzeigt, was ich will Aber ich weiß jetzt nicht Wo du noch ein Level anzeigen willst Also, ich seh ja quasi das Level an den Mobs Nur nochmal für Anti, dass er sich aufregt Ja, der, weißt du, der Anti, der will nicht Dass, dass jemand mir irgendwas donatet Weil er, äh, ist, ist, äh, ne? Er hatet mich so ein bisschen nebenbei Und deswegen mag er das nicht Aber das freut mich Also, einerseits freut mich das, dass du Dass du mir was donatest Das ist immer cool, danke dir Das muss ich dann alles auf mein, auf mein Dings Mount anrechnen, ne? Auf mein, äh Mount, was quasi das nächste Donation Ziel wird Das zum einen und zum anderen Freut mich natürlich auch Dass sich Anti ein bisschen ärgert Ach ja Schön Aber nicht, dass du nur arm wirst, ne? Das könnte ich ja nicht vertreten Ah, nice Wir haben das nächste Bonus Ziel fertig Jetzt können wir uns den Stab noch holen Ergert halt null Okay Ach ja Gut, okay Dann, ähm, können wir hier zum nächsten weiter Und zwar Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das habt Wenn ihr die Quest nicht gemacht habt Also ich hab die Quest nicht gemacht Und Ich glaub, das hab ich nicht Und die zwei, die du da unten meintest Also drei Dinger schon Ja, deswegen meinte ich Das ist echt sinnig Wenn du Wenn du diese kurze Startsequenz mitnimmst Das war ja bei der Allianz auch so Dann kannst du nämlich wesentlich mehr Bonus Ziele machen Ja, ich war noch 91 Bin schnell rüber Hab mir den Trank geholt Und ein paar Schätze geholt Mit 92 jetzt aufgeschlossen Okay Er ist einfach weiter mit Kein Stress Ich hätte jetzt gedacht, dass du halt drüben auch noch 92 wirst Mit dem Bonus zielen Aber anscheinend war das ein bisschen zu wenig Da musst du dann, glaub ich Doch die ganzen Dinge fertig machen Ja, weil ich keinen Trank hatte, ne Auch Ich hatte keinen Trank War Ach so War etwas War ja noch mit 90 mit euch angefangen Aber es hat nicht ganz ausgereicht Geil Naja Naja Ich denke, ich denke mir Wenn wir am Ende dann auch noch ein paar Schätze machen Dann müsstest du auf jeden Fall aufs Level kommen Wenn du 102 bist und ich 99 oder 100 Passt doch Wir können ja einfach so lange hier weiter basteln Bis du 100 bist Dass wir mal rüber gehen können Nach Legion Da kann man ja auch schon mit 98 hin, oder? Ähm Ja, kannst du schon Aber es wäre ja auch ein bisschen gewastet, oder? Also wenn du hier noch Sachen mitnehmen kannst Machen wir halt hier einfach ein bisschen länger Und gut, es sind ja genug Sachen, die da rumflacken Warte, was brauche ich denn jetzt? Ich brauche noch ein paar Goren Der arme Schurke, dem fehlt überall was Ich dachte mir das schon so Einfach immer quasi gleich wieder mit dranbleiben Und nicht immer bei dem anderen ewig Weil dann hängst du immer weiter hinterher, weißt du? Fertig, okay Einfach immer schön dranbleiben Dann passiert sowas nicht So, okay Dann haben wir hier den Speer Den können wir noch alle mitnehmen Der liegt direkt auf dem Weg Ich bin jetzt gleich schon 95 Also das geht wirklich irre schnell Wenn du das hier Wenn du das hier quasi mit einer Gruppe machst Auch mit einem Gut, klar Mit einem 120er Ist natürlich immer noch mal was anderes Oh, zwischen Unterschied zwischen Stärke und Macht Ich bin gerade hier in der MOP mit einem zweiten Account dran Ein Plus, okay Hast du High Keys gespammt So Jetzt muss ich mal gucken Wie viele ich jetzt noch für ein Schar des Zorns brauche Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Dann bin ich wieder die Woche mit allen Schars durch Und hab wieder Nada gekriegt Nada niente Aber naja Man will sich nicht beschweren Irgendwann kommt das Scharmhaut Ich bin mir sicher Wir brauchen jetzt noch ein paar von diesen großen Einen macht er gerade hier schon Dann Hier hinten sind noch welche Da flackt auch noch einer Kommen sie angeflogen Der fliegende Bär Oh, okay Stimmt Steve hat mir was geschrieben Das wollte ich eigentlich nur durchlesen Aber das war so ein Wall of Text Dass ich Dass ich das gestern Abend Dass ich da nicht mehr zugekommen bin Muss ich mir halt mal noch gucken So, warte mal Hier müssen Ah ne Ah ne, hier war nix mehr Ähm Wo ist Achso, wir müssen jetzt rüber Wir können jetzt quasi zu dem Botani-Teil rüberfliegen Die können wir flacken lassen Also quasi das hier Das hier Das hier Dann ist hier noch eins Und hier unten Also Das sind jetzt schon mal relativ viele Und die müsstet ihr glaube ich auch alle haben Die nächsten Zwei Stück sehe ich auf der Karte Äh Zwei Hundertvier Okay Ähm Was Zwei Stück siehst du? Drei Drei Genau Ich sehe auch drei Und unten sind aber nochmal zwei Die wir noch nicht sehen Von der Map her Okay Ja Ich Ich hab's zwar gesehen Dass sie mir geschrieben haben Es war so ein langer Text Dass ich Das war dann später abends Wo ich es gesehen hab Wo ich mir dann dachte Okay, das lese ich mir Am nächsten Tag durch Und so geht's mir dann oft Aber vergess ich's Weil ich wie gesagt Ein Goldfischgedächtnis hab Und Äh Ja Das ist mir bei anderen Sachen Schon so gegangen Ne Kennt ihr die Die Situation Wenn euch jemand geschrieben hat Ihr das quasi Äh Gelesen habt Dachtet Okay Ich schreib zurück Aber ich hab jetzt gar keine Zeit Oder ich mach das später Ne Und dann vergesst ihr das Es steht aber dran Dass ihr es gelesen habt Und dann Äh Checkt ihr das irgendwann Viel später wieder Und dann ist es aber so spät Dass ihr jetzt eigentlich Nicht mehr zurückschreiben könnt Weil es dann peinlich wird Und ihr dann einfach Die Person ignoriert Kennt ihr das? Oder bin nur ich so Hatte das letztens Mit einem Mädel Wo ich mir dann dachte Ach Jetzt brauchst du auch Nach einer Woche Brauchst du auch nochmal Zurück zu schreiben Da dachte ich mir Okay Jetzt lass es einfach Egal Jetzt sitzt du das einfach aus Das Rabenhold Ruffarmen ist das Beste Och ja Die zieht sich halt Ein bisschen Rabenhold Musste die Kisten farmen Wobei mittlerweile Kriegst du doch auch Immer Ratje Äh Noch Ruf dafür Hab ich gesehen Wo ich einfach so Mobs umgehauen hab Oh shit Ich bin noch im Oh Was ist das hier Ach das ist ein Ein Allianzler Jetzt mit dem im Combat Nee okay Passt Jetzt sind wir raus Ähm Dann lass mal rüberfliegen Dann können wir zu den Hüteren Aus dem Grund Werden Sachen sofort beantwortet Im Im Wärsinnig Ja Das ist richtig Ach so Ist bäh Ja okay Ich wollte nämlich gerade sagen Wer farmt denn gerne Ravenhold Ding Ich hab kein Ziel Ich brauch ein Ziel Ich hab kein Ziel Ich muss erstmal was angegeben Oh ich hab Zeugen Das geht vor Gericht Ne Kennt ihr Kennt ihr hier die Die Quest 3 Wo man das Bruce Maun kriegt In Na Hier Kampfgilde Genau Da gibt es auch so eine Gerichtsverhandlung So was machen wir Mit Zeugen und Richter Ich meme gerne den Richter Und dann machen wir eine Verhandlung Ich brauch noch einen Gerichtsdiener Und den verrückten besoffenen Onkel Der quasi Mit in der Gerichtsverhandlung Sitzt Und der nach der halben Gerichtsverhandlung Rausgeschmissen wird Weil er sich nicht benehmen kann Ich glaub die Rolle Weiß ich schon wer die übernehmen darf Ich hab kein Ziel Ich brauch ein Ziel Das kann ich nicht angreifen So was brauchen wir denn noch Wir brauchen ein Ei noch Oh jetzt bin ich 96 So da unten haben wir jetzt noch Drei Bonus Ziele Und theoretisch könnte ich die Quest Was bringt denn die Quest an EP Aber auch nicht sonderlich viel Können wir überlegen Ob wir die noch abgeben Deswegen seht ihr Früher hab ich ja immer noch Die ganzen Bonus Objectives Alle mitgenommen Aber du kriegst halt so viel EP Durch das andere Zeug schon Dass sich das eigentlich fast nicht rentiert Du bist glaub ich der Erste Der die Dings Emotes findet Jo ich wünsche dir eine gute Nacht Und danke fürs Donaten Das freut mich sehr Ach du musst mir Den nächsten noch eine PM schreiben Dann poste ich dir den Battle Tag noch Oh was ist denn da Oh shit Alice? Ja Hab ich die gerade gesehen Dann dachte ich mir Ich lauf da lieber nicht rein Der Dudu rennt da rein Voll Aber voll Lauf einfach an den vorbei Keine Ahnung Bis du jetzt da ein großes Gemetzel anfängst Dauert das zu lang Komm ich heil den mal ein bisschen Der macht die schon weg Ne das sind quasi zwei Tanks Das macht überhaupt keinen Sinn Ein Parler Tank gegen ein Drill Tank Keine Ahnung Macht halt echt keinen Sinn Dauert halt ewig Ach Komm ich bubble und lauf da durch Mach die Quest Sachen fertig Jetzt klopfen sich da halt zwei Tanks im Ding Ist es halt echt sinnlos Nein zieh den doch nicht zu mir her Ich hasse dich Du hast ihn zu mir her gezogen Ich hab jetzt halt nichts mehr Ja er ist halt von Komm mal mit Okay er kriegt mich halt nicht tot So ein Gammler Ich hab jetzt quasi Hand auflegen auf mich Mein Gott der ist halt echt schlecht der Parler Haben wir alles hier drin? Ja raus aus dem Laden Raus hier Raus 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 Das war aber knapp Ich bin nicht gestorben Habt ihr gesehen? Hier Der Max Level Parler hat dich attackiert? Ja der hat mich dreimal attackiert Ich hab mir halt einmal meine normale Heilung Dann hab ich mir eine Hand auflegen gedrückt Und er hat mich halt nicht tot bekommen Also er konnte mich halt nicht wohnen Schon wieder voll gezogen Und dann hat das aufgegeben Dann ist er irgendwie im Wasser hängen geblieben Ich hab ja am Anfang meine Bubble schon rausgehauen Und an ihm durch seine Weihe durchzulaufen Um wegzukommen Du hast doch nur 19.000 Leben Das ist doch wie ein Schlag für ihn eigentlich Ja aber das wird Das wird ein bisschen skaliert Also du machst ein bisschen weniger Gegen die Ziele Du bist jetzt nicht mehr komplett One-Shot Im Wenn du lower bist Im Open PvP Hm okay Also die haben da ein bisschen was geändert Auf dem Damals Quasi vor Vor BFA Auf den PTRs Konnten Low-Level-Char Max-Level-Char Töten Weil du prozentualen Schaden Auf die gemacht hast Ne Und du dann mit denen Teilweise so krass skaliert bist Dass du die Max-Level-Char Mit einem 15er-Char Umhauen konntest Das haben sie dann irgendwann Runtergenervt Und wieder ein bisschen abgeschwächt Ich glaub Ich glaub unsere Bärchen Sind immer noch am Kämpfen Da Lauft einfach von dem weg Das macht überhaupt keinen Sinn Gegen irgendwelche Tanks Da ewig zu fighten Wir sind jetzt einfach auch Mit dem Low-Level-Char Weggelaufen Lass die Lass die einfach stehen Keine Ahnung Die Tränke laufen halt Nicht so lang Wir können uns jetzt Eigentlich nicht erlauben Da ewig Ewig zu dingsen Das müssen wir hier mit den Lowies Das reißen So ein Dings brauchen wir noch Was wir aufheben müssen Ich kann hier ein Schredder benutzen Er macht zumindest ein bisschen Ich dachte wir wollen Ich dachte wir wollen ins Bett gehen Das ist ja einer So Dann Unten haben wir jetzt quasi diese Säbeltron-Typen noch Und dann können wir nach Talador rüber Hab dann umgeboxt den Typen Hey danke dir fürs Followern So Okay Dann was müssen wir denn Ah ja genau Wir müssen diese Diese Dinger hier anklicken Und dann müssen wir noch ein paar Katzen Umboxen Findest du nicht mehr aus der Höhle raus Tja das hättest du vorher merken müssen Einfach auf die Minimap gucken Stimmt die hilft manchmal auch Wenn es nicht mit Addons zugespampt ist Wie bei mir teilweise Ausgang ist oben links Wir müssen in die eine Höhle rein Hier wo der Boss drin ist Im Moment das ist hier Die obere Hier müssen wir rein Ich würde euch mal So eine Soap-Opera Empfehlen Weißt du Es scheint Es gibt hier manche Leute Die Ohne Drama nicht leben können Das ist wie bei so Bei so einem kompletten Mädelshaufen So um die 17 rum Die brauchen auch immer Drama Und so ähnlich seid ihr auch Hauptsache immer Drama Sich ein bisschen anzicken Und wenn kein Drama Drama gibt Wird es langweilig Das ist Naja Man kann sich das Leben Natürlich auch selber schwer machen Kommt den einen Schatz Den mal mit Wir haben ja das blendende Licht Zack Weggeblindet Und raus aus dem Laden Wir haben einen Bären Der uns das aufräumt Oder so Das kann man natürlich auch machen Schau jetzt haben wir Eine halbe Stunde rum Und ich bin schon 97 Also das geht halt echt ganz gut durch Ähm Jetzt muss ich Da hat sie aber nicht wo ich bin Oh 94 Oh Voll abgehängt Ja Nehmen wir vielleicht hier Den ein oder anderen Ding mit Jetzt bin ich am überlegen Ich glaube da unten Ist bei der Horde gar nichts Oh Hier links Ich glaube das ist ein bisschen südlicher Das mit diesen Holzfäller Dingern Ja genau Das ist bei der Horde ja Ähm Am anderen Ding Äh Ich würde aber sagen Nehmen wir da hinten schnell Ein, zwei Schätze noch mit Und dann lasst du den Holzfäller hochfliegen Dann können wir den Baum machen Und die anderen sind glaube ich Wieder gleich Ne Wird dann wieder das gleiche sein Hier flackt nämlich Nur eins relativ gut auf dem Weg Das kannst du mitnehmen hier Naja 21.000 EP Haben oder nicht haben Ne Kann man mitnehmen Oh Genau Insight und ihr nicht Weil ich richtig hingeflogen bin Du wenn du eins hinten bist Dann flieg einfach weiter zum nächsten Ich hatte ja gesagt Das sollen sich bitte alle beeilen Weil wir haben halt nur einen Trank Ne Also Nicht rumgurken Schauen Dass du wirklich gleich immer mitfliegst Das hatte ich ja am Anfang gesagt Das war die Prämisse Dass du mit kannst Wer rumgurkt Hat leider Pech gehabt Muss ich jetzt so So knallhart sagen Aber wenn meine Tränke gleich auslaufen Ist halt blöd Muss ja prinzipiell nichts machen Außer einfach nur mit ins Gebiet fliegen Um die Dings zu bekommen Quasi die Das Zeug Was man Was man umhaut Genau Und jetzt einfach nur das Holz sammeln Keine Mobs killen Einfach nur Holz sammeln Das ist glaube ich auch Personal Das Holz Einen Schredder brauchen wir dann gleich noch Aber wenn man hier Druid ist Dann kann man quasi Aus der Fluggestalt raus looten Das macht es dann ein wenig einfacher Ei Schredder Hau die Schredder um Was geht Droide Die Schredder was geht Also ich hab 5 Habt ihr auch 5? 3 Oh Oh Ich war eigentlich genau an ihm dran Hab nur an einem anderen Ender Ein bisschen Holz gesammelt Und dann war es schon vorbei Fuck Ich hab so ein scheiß Fiech geaddet Das bubble ich hier einfach Was? Du kannst das Holz nicht looten Während du in der Bubble bist? Und das für eine fiese Scheiße hier Habt ihr das gesehen? Während ich einen Immunisierungseffekt drauf hab Kann ich das Holz nicht Das loote ich jetzt mal nicht Nehmen wir das andere mit Ihr seid mir schon so welche Einen Schredder noch Braucht noch extrem viel Holz Irgendwie krieg ich jedes Mal nur ein Holz aus den Dingern raus 2 Brauch ich jetzt noch Hier könntest du den einen noch killen? 3 Holz Jetzt hab ich overcapped an Holz quasi So das ist fertig Dann Oh mein anderer Trank ist abgelaufen Ja den muss ich noch mal wieder reinschmeißen Mach ich dann gleich wenn wir drüben sind Hier Schau gut dass ich findige Leute hab die das schauen Also so langsam wird's ein bisschen nervig Habt das jetzt dann mit eurem Kindergarten im Chat hier Mir ist relativ wurscht wer da von irgendwas Angst hat Aber weiß ich nicht Keine Ahnung Wäre euch da verbunden wenn man Wenn man das mal einstellen könnte Ein Ali Ach das Ding ist hier Schau mal Ne lass den Ali jetzt bloß in Ruhe Ich will jetzt nicht wieder so einen So einen Kleinkrieg hier anfangen Das zieht sich wieder bloß zu lang Low Level Ali Ja lass ihn trotzdem leben Lass lieber hier das Bonus-Team machen Ein paar Miezen holen Ich bin immer für Miezen holen Und den Baum unboxen Obwohl Der wartet bestimmt auch auf den Baum oder? Nicht dass der uns den wegkillt Hier den Baum brauchen wir Äh ich Anti ich meine da eigentlich Dich und äh Dein klein Dein kleines Echo So Drei Stück brauchen wir noch Wunderbar Level Up Jetzt sind wir 98 Zwei Level brauchen wir noch Der ist ja im Mond vorher gestorben Hast den jetzt doch umgebräst Der hat doch gesagt Den Armen Am besten einfach Äh Einfach in Ruhe lassen Kann doch nichts dafür Der wollte doch nur questen hier Schauen wir mal Hier ist noch eins Und da hinten haben wir noch eins Würde ich sagen Fliegen wir hier rüber Und dann noch da runter Und dann Spitzen von Arak runter Und dann müssten wir eh schon Schon relativ viel haben Wir müssen halt bloß gucken Dass ihr für Spitzen von Arak Hoch genug vom Level seid Ne Du bist jetzt 95 Und 96 Spitzen von Arak Vom Level her 96 Okay Ja aber du müsstest ja auch schon Jetzt ein bisschen was vom Level haben Oder 95 Ja Würdest du das erst oben Machen Ja genau erst das oben Und dann Ne Das müsste eigentlich ausgehen Ähm Ja in Legion kannst du das halt nicht so gut machen Weil es da halt keine Bonus Objectives gibt Ne Gibt halt Gibt halt Gibt halt ein paar Bonus Ziele quasi Die du mitnehmen kannst Aber Ähm Nicht so viele wie jetzt hier Ne Also da kannst du halt ein paar machen Aber das können wir nachher wahrscheinlich auch noch angehen Genau Warte mal Das hab ich ja sogar als Dings gebeindet Gut Dämonen Perfekt Schau sind schon wieder fertig hier So dann machen wir das da unten noch Und dann hoffe ich mal Dass du Äh 96 bist Dass wir dahin Ja Fertig sind Ja Blattschatten hat unsere Position vor Tirongor verborgen Und seine Truppen sind noch immer in Gulrok Und er auch in Gulrok Wir haben das Überraschungsmoment auf unserer Seite Naja Hat der Lexi anscheinend die Faxen dick Und schon ist vorbei mit der Übeltäterei So das können wir mitnehmen Und die Spinnenhöhle Die will ich lassen Hm Ich hab kein Ziel Ich hab kein Ziel Die hier schon mal erwähnt hatte Dann mach ich jemanden meinen Inis Diese Lernkurve Wenn du auf die Herdplatte langst So Wenn du da einmal drauf gelangt hast Und dich verbrannt hast Dann lässt du das im Normalfall Gibt aber Leute Die Die langen immer wieder auf die Herdplatte Mache ich gerne in Instanzen Wenn Leute in irgendwelchen Effekten drinstehen Oder irgendeine Kacke zusammenspielen Dann lass ich die oft mal an dem sterben Dann so checken Hm Okay Irgendwas lief jetzt falsch Das ist um Das um quasi so ein bisschen Die Lernkurve anzuziehen So Dann Können wir jetzt weiter hier zu dem Dings Genau Hier müssen wir diesen Mist mit den Bomben machen Das sind auch schon wieder zwei andere Gammler Müssen wir gleich schnell die Bosse schnappen Ah die haben den einen Boss schon umgebrezelt Ja War für uns Ach war für uns Okay passt perfekt War der Droide schneller Wunderbar Den einen Mob müssen wir noch umhauen Hier oben auf den Turm noch einen Braucht nicht mal ein bisschen Hilfe vom Droiden oder so Also mein Trank geht jetzt nur 18 Minuten Aber es müsste passen Ich brauche ein Ziel Hier hinten haben wir noch einen Boss und der andere ist dann noch unten drin Also sprich Müssen wir dann noch diese kleinen Was sind das? Ja selektiven sind es nicht Felshetzer oder sowas ähnliches sind es Der Boss hier oben Ach ne den haben wir schon Okay perfekt Jetzt müssen wir nach unten einmal rein Ah genau die Höhle müsste es sein Ach da wackelt er schon von der Höhle rum Dass die Leute den Eingang zünden So der Druid Perfekt Jetzt nur einen kleinen Und Achso wir müssen noch eine Granate zünden Oh schade ist sonst es da Viel Glück Jetzt klappt Ne war wieder nix Schauen wir mal ob wir hier noch irgendwo Bomben liegen haben Ja da hinten ist noch eine Bombe Und da müssen wir noch so einen kleinen von unten umhauen Was Ja War wieder nix Hier so einen brauchen wir noch Perfekt Oh fast Level up Ganz knapp drunter Ich muss mal gleich nur gucken Warte mal Wann ist ein Nackrand Von der Stufe her 98 Nackrand wird wahrscheinlich schwierig werden Könnte ich mir vorstellen Weil Hier kann man ja auch kurz Schätze Aufsammeln Oder so ja Da müssen wir ein paar Schätze mitnehmen Hier brauchen wir den Boss noch Dinge haben wir Und dann müssen wir die Hüterin noch unboxen Die brauchen wir auch noch Oh ich kann was skillen Sehe ich gerade Mit Immer schön passive Effekte Da muss so nix klicken Ne Für die faulen Leute Hinten haben wir noch ein paar Hüterin Da ist noch eine Und ach da hinten war noch mal eine Da müssen wir es haben Ja muss man mal gucken wie hoch du kommst Du bist halt am niedrigsten Nur der Rogue ist auch noch ein Level höher als du Für den könnte es vielleicht sogar reichen Sonst machen wir halt noch so lange hier ein paar Schätze Und wir können auch das eine Ding oben machen Weißt du was ich meine Mit diesen blöden Höhlen Wo wir das letzte Mal ewig gesucht hatten Das ist halt auch so richtig schön Achso oben rechts ne Die komischen Höhlen Ja Naja das können wir dann mitnehmen Fliegen wir jetzt halt hier noch ein paar Schätze ab Ich bin übrigens schon 99 Die Leute die wissen wie es geht Die ganzen Sachen kannst du flacken lassen Dann musst du so einen blöden Schlüssel Und so einen Scheiß holen Die Spitzhacke die hole ich mir Hier Es gibt halt so ein paar Schätze Die echt ein bisschen blöd zu kriegen sind Alter ist gerade mir ein Ali vorbeigeflogen In dem Moment wo ich hier drauf geschossen hab Hier der Boss Hier ähm komm mal zum Boss her mit Den müssen wir unboxen Okay Katzen haben wir jetzt schon genug Jetzt brauchen wir die Bosse noch Und Äh noch ein paar von den kleinen Dingern Was meinst du wenn wir Wenn wir jetzt das noch machen Und das oben Reicht das dann Oder brauchst du dann noch einige mehr 98 werde ich nicht damit Okay Ja gut Dann versuch halt möglichst viele von den Von den Bonus Objectives noch aufzusammeln Hier Machen wir halt unten so eine kleine Runde Vor allem was gut ist Sind diese Urnen Die kannst du ja dann nochmal extra anwenden Und Bonus AP ne Ja genau 99 oder so Genau das ist ganz gut Also für mich werden sie die jetzt wahrscheinlich fast nicht mehr rentieren Aber für dich könnte das gar nicht schlecht sein Ja hier unten kann man nochmal einiges mitnehmen Ich brauche ein Ziel Wird wahrscheinlich mit dem letzten Bonus Ziel komme ich auf 100 Du hast doch gar nicht so viel weniger als ich oder Ich bin jetzt gerade echt am überlegen Du hast den Ring weniger Trank hast du jetzt auch drin So weit auseinander geht wundert mich fast schon ein bisschen Waren glaube ich drei oder was waren das vier Bonus Ziele Waren einige Ja Ja das ist in Gorgond ne Deswegen meine ich diese Quest Das rentiert sich schon die mitzumachen Dann war ich von Anfang an ein Level hinter dir Ja hier Weil man so faul war den Angelwettbewerb zu machen ne Ah ne das im Haus kannst du vergessen Da musst du rumhüpfen Das dauert zu lange Das würde ich nicht machen Taschen sind dauernd voll Deswegen habe ich vorher alle ausgeleert Weil hier kriegst du halt so viel Zeug ne Ja Lohnt sich Ah ne ja wohl komm das können wir kurz machen Nämlich kurz warten bis der Typ dann rauskommt Und den Schatz kriegst du Weil können wir hier mal verkaufen gehen Kannst du deine Taschen auch ein bisschen leeren Hey danke dir fürs Followen Weg damit Weg damit Alles gut auf euren Reisen Genau jetzt kriegen wir die Schatzkiste Warte mal hat die keine EP gebracht Okay das war jetzt gewastet Die hätten wir gar nicht machen brauchen Ne gibt's draußen Mitten im Meer noch eins Aber du musst ewig runter tauchen Hier Das mach ich Das lass ich auch aus Das lohnt sich halt auch nicht Schauen jetzt halt Dass wir hier so lange die Dinger machen Bis Bis du 98 bist Dass du da hinten auch mitmachen kannst Den Sperr können wir uns holen Dann fliegen wir jetzt einfach hier hoch Bis zum anderen Bonus Ziel Kriegen wir das schon irgendwie hin Hier muss man so einen Trank einsetzen Weiß gar nicht Ob die dann nochmal EP bringen Ne okay Die bei den Schreien bringen dann gar keine EP mehr Okay die kannst du dann sein lassen Fliegt ihr beiden nochmal gleich mit nach oben Dass ihr bei dem anderen Bonus Ziel wieder dabei seid Er ist ja eh Einen Ticken höher Obwohl Warum ist er jetzt nur 96 Muss er auch nochmal ein paar Sachen mit aufbauen Gewusst dass ich ihn überhole Wie ging das jetzt Irgendwie war das hier unten nicht irgendwo Ich glaub das ist hier falsch gefacet Das ist hier oben so ein Gewesen weiter weg siehst du es Aber dann wenn du ranfliegst ist es weg Ja okay das ist Ja da brauchst du das richtige Phasing wahrscheinlich Ja ist natürlich blöd Blöd gemacht Ja das Ding ist buggy Schau mir hier dieses Bonus XP Ach stimmt ja Das Opferding Dann schauen wir mal Wie weit wir noch kommen War mal ein Stück langsamer Muss halt immer mit der Meute mitfliegen Und nicht irgendwo anders hin Deswegen hatte ich ja vorher gemeint Dass du immer dranbleiben sollst Aber das hat ja jetzt semi gut geklappt bei dir So da war nochmal eins Dann können wir ja auch noch ein paar aufmachen Wenn wir Richtung Nagrand rüberfliegen Dann müssten wir eigentlich hinkommen Hast du kein Fliegen hier oder was Eieieieieieiei Das hier Das ist eins weiter drüben Hier ist es oder Ah schau mal da haben wir es Wunderbar Dann bin ich einmal Stufe 100 Ich glaub so Ach da brauchst du Ach ja das ist dieses Archäologie Zeug Wenn du dann Archäologie nicht hast Dann Kannst du es nicht benutzen Jo danke euch Das war halt das Ziel Aber schau Jetzt auch wieder in der Zeit Quasi auf 100 gekommen Die 10 Level geballert Beziehungsweise ich krieg bestimmt jetzt noch noch 101 oder so Dann Können wir das Bonus Event hier mal machen Das mit den Höhlen Was übelst ätzend ist Ich bin zu weit weg Musst du in jeder Höhle so einen dummen Boss umhauen Das ist total ätzend Kommt mal hier ran zum Bonus Event Dass wir da weiter basteln können Jetzt sehe ich das Event Ich würde sagen wir machen jetzt halt einfach So lang hier Bis wir vom Level Ähm hoch genug sind Und dann können wir ja in Legion weitermachen Da gibt es ja auch wieder diese Runde Die man einmal fliegen kann Da müssen wir mal gucken Dann würde ich ganz gern mal auch die Dinge ausprobieren Die Ähm Na wie heißen sie Die Time Walker Dungeons Ob sich das lohnen würde Ach die Eier müssen wir auch aufmachen Sehe ich gerade Dann müsst ihr beide noch ein paar Bonus Ziele quasi noch mitnehmen Äh ein paar Bonus Objectives so rum Eier Kannst schon mal in die Höhle rein Genau Mach mal noch ein paar Eier auf Geh mal du in die eine Höhle da rein Die große Weil da muss man so ein Event spielen Die können wir uns ein bisschen aufteilen Dass jeder quasi ein anderes Event macht Achso okay Rillac Eier haben wir zerstört Hier in der ganz langen Höhle drin Ah ja genau Ja genau da Da komme ich jetzt auch rein Da musst du nämlich diese Ähm quasi diese Dinger holen Von den NPCs Und dann kannst du Die Den Strahl hier quasi abschalten Und dann kannst du den Boss umhauen Aber hier kann jeder von den Dingern Einen so ein Key looten Und dann musst du gar nicht alle töten Ja oder Oder man tötet einfach Hä warum ist er jetzt verschwunden? Hä ist abgeschlossen meine ich Achso hat er ihn gekillt Okay passt ja Dann brauchen wir jetzt noch Den einen Boss da hinten Gucken wo wir noch ein paar Sachen aufmachen können Ich brauche jetzt quasi Hier noch irgendwo einen Ja jetzt ist bloß die Frage wo der Höhleneingang dafür ist Ich verkloppt ihn gerade Bist du da dran? Wo ist denn der Typ? Ach da ist er Ja ich sehe es Ja hier ist der Das ist echt richtig blöd hier Mit diesem ganz Oh was ist das? Shit Gut dann Haben wir hier auch alle fertig Mal gucken Ja du bist immer noch 97 Dann müssen wir jetzt halt einfach nochmal Also ich habe die Bonusziele noch nicht Das Bonusziel hier noch nicht Ah ok Die Pfahle und ein Entzugsritual noch Dann brauchst du wahrscheinlich Den einen Boss den wir am Anfang gemacht haben Warst du wahrscheinlich noch nicht in Range Das ist der hier hinten Hier rein Da wo die Spinnen sind Ja genau Genau Den musst du dann noch Noch mitnehmen quasi Dings hat man keine ne Als Allianzler hast du in Schatten und Tal Kannst du gar nichts machen Das ist immer echt ein bisschen blöd Das bringt halt alles schon mal wieder ein bisschen weniger EP So und jetzt sind es quasi Haben wir jetzt noch Rüben Nackrand Das ist dann so das nächste Was du dann noch machen kannst Aber da kannst du halt erst hin Wenn du Auf Ja 98 bist Und da Unsere anderen noch nicht so weit sind Mache ich jetzt hier noch So lang Oder machen wir jetzt so lang noch Diese Bonus Objectives Dass die das Level kriegen Apotox Hey grüß dich Ach ne Das ist wieder so eins Wo du den Trank einsetzen musst Hier Jo danke dir Aber die bringen blöderweise gar keine EP Also das kannst du vergessen Am besten die anderen machen Vor allem wenn du hier eigentlich die Bonusziele Beziehungsweise Bonus Objectives machen willst Solltest du am besten Archäologie dir geholt haben Wenn du das nicht gemacht hast Dann kannst du halt die Hälfte der Sachen nicht aufmachen Das ist ziemlich nervig Wir können es ja so machen Dass wir theoretisch jetzt auch rüber noch Dings noch gehen In Schattenmontal Und da noch ein paar Sachen aufmachen Und dann erst nach Nagrand gehen Wenn ihr wollt Also dann Seid ihr vielleicht noch ein bisschen höher Oh shit Was war denn das jetzt Okay da war eine Bombe Gut Voll in die Falle gelaufen Anscheinend Ich brauche jetzt noch 20% Dann machst du da einfach noch ein paar Sachen auf Dann müsste das eigentlich auch reichen Also ich bin jetzt hier auch einfach rumgeflogen Und habe jetzt alles aufgemacht Was nicht bei 3 auf dem Baum ist Bringt mir ja auch noch relativ gut EP Dann machen wir es einfach so Ähm Noch mal eins Gucken dann komme ich vielleicht auch noch ein bisschen höher vom Level Starten wir vielleicht mit 102 oder so in Legion durch Oder ich zumindest Das hier ist richtig abgefuckt Weil das so ein winziges Teil ist Ja Ja das ist der Ring Da musst du echt mit der Kamera ein bisschen Bisschen hin und her Dass du das wirklich dann richtig siehst Jo alles klar Ich wünsche dir einen schönen Abend Ah hier ist der Speer Noch eins Und dann kann man hier oben vielleicht noch ein paar abklappern Sag dir dann halt einfach Bescheid Wenn ihr Wenn du soweit bist Dann können wir ja danach drüber gehen Das ist verschlossen Verschlossen Das geht nicht Ah da brauchst du Archäologie für Okay Ja das ist die Kacke ne Für die Hälfte brauchst du echt Archäologie Du musst immer noch dein Talent Hab ich das Achso ah ja das nächste Hab ich jetzt schon wieder Level 100 Talent Richtig Da war ja was Ja dann nehmen wir halt Seraphim mit Das finde ich mal gar nicht schlecht Nehmen wir hier Seraphim drauf Und gut das hab ich eh rausgezogen Passt Passt Hier machen wir die paar noch mit Und dann sollten wir eigentlich Sollten wir eigentlich hinkommen Hab ich wahrscheinlich sogar Das wird wahrscheinlich auch wieder Archäologie sein Ich hasse Diese Archäologie Teile ne Ah ich hab gar keinen Trank mehr Hm bitter Aber da hinten ist noch ein Trank Der ist glaube ich im brennenden Gebäude drin ne Musst du dich quasi In die Gefahr stürzen Dass du dir den Trank holen kannst Ja jetzt haben wir Seraphim noch mitgenommen Ja da kannst du halt ganz gut Bursten mit ne Also Find ich nicht schlecht Das Talent Oh Schatzjäger Wieder ein Achievement einem Geheims Das hab ich natürlich mit dem anderen Char schon Aber Jetzt auch mit dem hier Das ist wahrscheinlich wieder Archäologie oder Ja Archäologie Und das da oben ist glaube ich auch Archäologie Gate 98 Was hat denn der Schwucke so Der ist 97 Soll mal schreiben was er Was er an Dings hat An Prozenten Soll wir das abschätzen können Wenn er jetzt Wenn er jetzt fast fertig ist Dann Können wir noch kurz warten Dann soll er noch ein paar Schätze holen Wenn er jetzt noch das ganze Level braucht Hm Weil ich hab jetzt schon fast wieder ein Level gemacht Ne Hier mit dem ganzen Zeug In unserem Bereich bringen diese Opfergaben richtig gut Und die bringen ja noch ein bisschen blaue Leiste dazu Ja ja Da kriegst du Hälfte Ja gut komm Dann Bau hier mal noch ab Beziehungsweise ich flieg ein bisschen den Schatten Momental rüber Und baue da halt noch ein paar Sachen ab Dann warten wir jetzt Bis du 98 bist Und Ähm Ähm Dann kannst du quasi da dann wieder mit durchstarten Genau Das ist verschlossen Alles Das ist soweit fertig Dann machen wir es so rum Dann hast du da auch deine Deine Möglichkeit Dass du die anderen Dinger noch mitnehmen kannst Mich wundert aber dass du Dass er so abgehängt worden ist Gut der wird wahrscheinlich die Tränke nicht gehabt haben Die machen halt schon echt viel aus Der war 93 Da war ich glaube ich 90 oder 91 Ja ne Eine macht halt Gut so hast du 10% Nochmal 20% Also damit reißt du schon echt gut was Kann man nichts sagen Ich finde es ein bisschen schade Dass du dir die ganzen Ding nicht aufmachen kannst Ne Äh Die ganzen Bonusziele nicht hast Äh Hier im Schattenmond Aber die Schätze sind gleich Genau die Schätze sind gleich Die kannst du alle holen Das mache ich jetzt auch gerade Ich fliege jetzt mal kurz die Schätze ab Das lohnt sich halt schon Weil neben Spitzen von Arag Da ist halt die Hälfte so So Fake Schätze Ne Da hast du eigentlich Logie nicht Ich habe es mir jetzt halt nicht explizit mitgenommen Weil ich mir ja schon gedacht Wir machen es wie das letzte Mal Ne Und dass es wahrscheinlich easy reichen wird Aber gut Egal Dann äh Tue ich halt ein bisschen overcappen Ist jetzt auch nicht so schlimm So bis 102 Bringen die Sachen eh noch relativ gut was Ab dann wird es halt schon echt Äh Wird es halt schon echt richtig viel weniger Das ist halt glaube ich Pro Level ist es so So ein Drittel weniger gefühlt Ja jetzt bin ich schon 101 Schauen wir mal Sagst halt einfach Bescheid Wenn du auch ähm 98 bist Dann können wir uns ja Quasi nach Nagrand bewegen Dann machen wir da noch die drei Äh Bonus Ziele Die es dort gibt Und dann gehen wir Nach äh Legion Und in Legion kannst du dann halt auch Noch mal Noch 200k Ja schau es geht doch voran Äh in Legion Dann können wir quasi da einmal Komplett durchholzen Und da auch diese Bonus Events Einmal mitnehmen Das bringt auch nochmal so zwei Level Im Schnitt So was So was kriegst du Dann kommst du da schon relativ gut weit Mit Oh what the hell Achso das ist da gar nicht Das ist hier hinten Ich war im falschen Ding Ja ja du musst jetzt nicht alle Alle zwei Minuten schreiben Jeden Schatz Sobald du es halt hast Ja siehst du Meine Dinger bringen jetzt halt auch schon weniger Vor allem weil ich halt die Dings auch nicht mehr hab Das haben wir alles Weil ich halt auch die Tränke jetzt nicht mehr alle drauf hab Ne Der 20% Trank bringt halt natürlich am meisten Wir haben halt leider auch nur 10% Wormode als Hordler Als Allianzler hast du halt immer schön Ähm Hast du halt immer schön 30% Ne Und da geht natürlich einiges mehr Nein Nein Ach da hinten ist es Ja wie so ein Fisch am Land Ne So gut Nichtsdestotrotz haben wir die Stunde jetzt auch wieder so weit durch Mich hat es gefreut dass du dabei wart Und wenn ihr wollt Schaut ihr gerne bei der nächsten Folge wieder rein Euer Tila Bis dann Ciao